Werden wir hier so enden in Dormit Terbis. Hab ich vor ne Weile aufgenommen, jetzt gibt es eine Remastered-Version von dem Spiel. Ich weiß nicht, ob ich die Remastered-Version jemals aufgenommen hab, aber das sieht richtig, richtig gut aus. Von 12 nicht vorher. Okay, es sieht... Der Mausträger ist lustig, okay. Ich weiß, ob wir den sehen können. Was? Warum? Okay, da sind die Türen, das ist schön. Ah, ich kann... Okay, da kann ich zu der anderen Seite. Oh, ah! Nee, boah, jetzt kann ich Ding. Also, pass auf. Okay, das ist das coole... Okay, da musst du ein bisschen schauen, ehrlich gesagt. Da sieht man was. Da ist Yu. Da unten ist einfach das ganz große Yu. Wo sind die ganzen Animatronics? Da ist keiner... Wo ist Freddy eigentlich? Wo startet der Kollege? Das ist ganz... Wer kann es jetzt überfahren? Oh, da könnte vielleicht so ein Puppet starten. Da könnte Faxi starten. Da ist niemand. Muss ich dann... Ah, ich muss den PC dann ausmachen. Was ist das? Da ist ein Tape, was ich nicht aufnehmen kann. Doch, jetzt. Tape collected. Also, irgendwas hätte ich mir können. Ich muss auf die andere Seite rennen, wenn ich... Havoc Freddy sehe. Hallo, hier sind wir überall. Ja, Fenster. Schäfes Fenster. Lass mich mal ein bisschen gucken. Da ist nix. Da ist auch nix. Okay, M8. Ja, du kannst jetzt nicht so durchcyclen mit den Tasten. Das ist schade. Also, du musst halt immer wieder... Äh, nein. Okay. Dann mach ich so. Du musst halt immer wieder ein bisschen weg tun und dann durchcyclen. Oder halt so. Und du kannst halt nur hin und her schauen, wenn der PC aus ist. Habe ich gerade was gehört? Habe ich gerade was... Ach, nein. Der Rogen kann ich auch schon. Okay, aber die erste Sache ist meistens nicht so die schlimme. Ein wenig. Hallo. Klicke. Äh, hallo. Alter. Okay. Äh, ich seh halt niemanden gerade. Zeh ich gerade auch am Boden, dass er irgendwas, äh, irgendein Animotronic-Bein oder so ist. Aber okay. Alles passt. Und wenn ich das Video quer gerne den Kanal abonnieren, werde ich hier ein bisschen verwirrend durch die Kameras zeiglen. Ah, da ist you. Das heißt... Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Ich habe einen gesehen. Ich habe einen gesehen. Wo ist er? Ich habe ihn gesehen. Und ich habe hier keine Taschenlampe oder so. Das ist blöd. Ich habe keine Taschenlampe. Kann ich bupen? Ich kann hier nicht mehr bupen. Was ist das? Der ist mir jetzt auch nichts. Nö. Ich habe in der Kamera noch jemanden gesehen. Ich habe jemanden gesehen. Gibt es da nicht in der Taste, dass ich irgendwie leuchten kann? Gab es da überhaupt Taschenlampen? Ein Dormit Habis. Hallo. Weißt du, ich bin doch nicht. Ist da jemand? Nee. Aber ich glaube, in der ersten Nacht ist nur Freddy aktiv. Kollege. Ha! Sie ist avoided. Perfekt. Oh Gott, ist das einfach. Ja, du musst ja nur auf die andere Seite rennen und dann avoidest du sämtliche Threads. Ja, nicht sämtliche Threads. Zumindest Havoc Freddy. Oh, das ist ein bisschen... Du musst halt nur mit der Maus. Du kannst halt nicht W, S, A, D und so machen. Ja, wehe ich schon, aber dann renne ich auf die andere Seite. Das ist halt ein bisschen blöd. Weil du musst halt immer... Ups. War schon. Ich bin ein bisschen zu nervös hier. A little bit nervös hier. Glotzt sie. Threads ist eigentlich super einfach zu erbeuten. Ich weiß nicht mehr, wie viele Einheim- und Johnnings hier gibt, aber bestimmt ein Dutzend oder so. Also von dem her... Alter! Nicht so nah, Kollege! Wo kam der auf einmal her? Ah! Nein! Nicht so nah! Das mag ich nicht. Das schreckt mich nicht so. Vor allem hinter mir ist... Da ist hinter mir ist so? Ja, da ist nur Fenster. Musst du links schauen? Ja, okay. Eigentlich nur links und hinter sich schauen. Boah! Das hasse ich, hey! Genau hinter mir ist so ein blöder Animatronic, weil es... Du, du. Ich habe es noch ein bisschen zu leise eingestellt. Wie immer eigentlich. Ich hasse es da ein bisschen durch die Kameras zu schauen, ganz ehrlich. Wenn nur Havoc Freddy ist, dann ist es einfach. Ich muss ja nur links schauen, hinter mir schauen. Links schauen, hinter mir schauen. Ach, da ist er. Kate, jetzt er. Jetzt er. Das heißt... Ist das der Automat? Könnte sein, dass es die Kamera ist. Könnte sein. Wie spät haben wir es denn? 5 Uhr. 5 Uhr! Okay, dann machen wir dabei so kurz busy. Weil das macht es gerade ein bisschen einfacher. Boah! Boah! Ha! 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 He's gone! Oder? Ja. Das ist schon Freddy. Ja, das ist Freddy. Aber immer wieder... toll, wenn der hinter einem aufploppt. Ah, Kollege, wir haben 6 Uhr. Also, meine normale Schicht wäre jetzt zu Ende. Meine normale... Hallo? Die ist zu Ende. Huhu, huhu, ich will gehen. Also... Wäre nice. Wenn ich gehen darf. Aber ich darf nicht gehen. Ich darf gar nichts hier. Außer auf die Kameras schauen. Wow! Ich muss ja nur... Ja, linke Tür, hinter mich. Linke Tür, hinter mich. Hinter mich. Peekaboo! Peekaboo! Passt schon. Ich weiß nicht mehr, wie ich die anderen Januar-Joyings erweiten kann. Hallo? 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 Okay. Ha! Das war's. Ach, bis 7 Uhr ging der ganze Spaß. Gut zu wissen, dass der bis 7 Uhr ging. You've unlocked Characters in the Extras. Was? Characters in the Extras? Ja, Havoc Freddy halt wahrscheinlich. Oh, da ist viel zu... Ja, Havoc Freddy. Polymaid Manifestation of a Soul. When alive, this kid's name was Ted. Es gibt 4, 8, 12, 15 Charaktere. Okay, Havoc Freddy sieht schon sick aus. Ja, hat sein Mikrofon in der Hand. Undius can't... Oh! Challenges habe ich gesehen. Night Selection, Nightmare und Custom Night. Oh, Freude. Und jetzt haben wir erstmal die zweite Nacht. Ja. Und jetzt haben wir Havoc Chica. Na, brauche ich jetzt kein Labern. Weißt du, wenn ich wüsste, in welche Camps die starten? Die Light von Haid? Wer bist du? Hä? Du war doch gerade... Was? Das sah doch gerade ganz anders. Das ist alles okay. Irgendjemand bewegt sich zu mir höher. Aber ganz schnell. Camp 9. Camp 1. Nö. Nix von mir. Also Chica taucht rechts auf. Hier taucht Chica auf. Da. Ja, da ist ein Animatronic, aber... Nee. Kein Havoc. Und nix sagt es bestimmt Havoc Barney oder Havoc Faxi dran. Einer von beiden. Einer von beiden. Tell you, hey. Alter, schaut euch das an. Da sind mehr Animatronics jetzt aktiv in der Nacht. Nicht nur, aber wahrscheinlich Freddy und Chica. Gibt es auch noch Havoc Springtrap oder sowas? I don't know. Jumpscare Match? Ich bin noch ein bisschen zu vorsichtig gerade irgendwie. Ich hab was gehört. Ich hab was gehört. Wo? Noch nix. Noch nix. Alter! Was war das? Ah, an das Bild konnte ich mich noch erinnern. Ich hab jetzt nicht gesehen, welcher Animatronic das war. Das war nur nicht Havoc. Freddy oder Chica? Ich glaub's nicht. Aber damit lass ich's gut sein. Es ist ein geil gemachtes Remastered. Es ist eine geil gemachte, remastered Version von Dormit Havoc. Damit beneue ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Macht's gut.